Wir sprechen aus Notfallübertragungssystem. Wir verkünden den Beginn der diesjährigen Trötsch der Däuberung, die offiziell von der US-Regierung zugelassen wurde. Die Klasse Pio und Niedriger sind für den Einsatz während der Säuberung erlaubt. Alle anderen Waffen sind nur bekanst genehmigt. Regierungsbeamten vom Rand 10 wurde für die Säuberung die Monität gewählt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH